Arschland-Höhlen, weil ich dort Monster habe und mit Monster besser klarkomme als Menschen. Menschen sind natürlich wie immer die Waren-Monster. Wir wissen das alle. Überhaupt, wenn sie dich aus der Web schießen. Nach 25 Minuten Gameplay und Struggling. Und wir werden uns versuchen durchzuarbeiten mit einer neuen Waffe, ein Scharfschützengewehr einmal, das Test. Sonst wird es mit einer weiteren Shotgun natürlich in der Shotgun ausgewechselt. Wir schauen mal, was geht so. Ich sehe schon, dass ich gutes Ziel habe, so wie die Grünen. Und das Nachladen macht auch Explosionen. Okay. Dann hauen wir gleich alles rein. Keine Ahnung, ob es sich auszahlt. Ansonsten ist die Dome abgegradet. Ich könnte fast wieder zurückrennen. Uni holen. Und die Abklingzeiten von meinen Fähigkeiten sind abgegradet. Leider dafür nur noch ein Magazin bei den tödlichen Kugeln. Aber ich brauche das schnellere Teleportieren sowieso eher mehr, weil das mir wieder Leben gibt. Überhaupt in Situationen wie diesen. Wenn es geht halt. Während ich das sage, verrecke ich schon fast. Nett. Ist das ein Boss? Natürlich ist das ein Boss. Und mir geht schon so die Muni aus. Rückzug! 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 Wo ist meine Muni? Ist der? Puschen sie rauf her? Ja, das tun sie. Versuchen wir uns durchschnetzeln. Sonst muss ich mich halt raus teleportieren. Ja, 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 ja. Was geht ab hier? Ich bin dort. Ich bin dort. Oh. Oh. Muni holen schon tödlich. Oh. Oh je. Das läuft grad nicht so gut. Wo bin ich? Oh je. Oh je. Kommt schon, gib mir doch mal eine Pause. Oh, ich muss die Shotgun upgraden. Sonst wird gar nichts weitergehen da. Oh. 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 Der sniper wird mir nicht viel helfen. Oh. Oh nein. Begging uns to quill it. Oh. Die perücke verlastet mich. Okay. Hopp im halt die andere Shotgun bit never an. Oh. Ja. Ja. Ich glaube ich kann. Boots. Die Boots werden mir jetzt helfen. Der Ritt in den Arsch ist das. Oh. Okay. 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 Wir müssen uns mit Doppelschrot flinken. Ja. Sonst muss ich wirklich auf leichterer Stufe nochmal probieren. Korrigan pusht too far with the mining and his people are dead. Oh no, Korrigans people. Uh. Ja, die wird viel nachgeladet. Der erste Schuss macht extra Schaden jetzt. Während ich schon jetzt auf die Fresse bekomme. Also wird immer nur nachgeladet am besten. Außer wenn ich meine Spezialen habe. Okay. Kommen die großen Bösen schon. Erstmal die kleinen Bösen. Dann rauskehner. Ah, da ist er. Dann mal Schaden machen. Und weiter Schaden machen. Ich Waffen wechsel. Nein, das zählt nicht. Der Gang ist böse. Der Gang ist richtig böse. Machen wir das Vieh dann noch schon mal weg. Holen wir Muni und dann schauen wir mal eine gute Laufroutine da unten uns an. Uh. Oh je. Entkommen ist die Laufroutine. Oh, ich glaube ich muss zuerst doch mal die kleinen weg machen, aber. Überhaupt wäre die großen da eh nur Müll machen. Schaut euch doch mal den Train da an. Wunderschön. Ja. Wir machen die Zombie-Taktik. Im Kreis laufen. Eindeutig Zombie-Taktik. Eindeutig Zombie-Taktik. Oh. Eindeutig Zombie-Taktik. Oh, ich werde verfolgt. Ja. Ein großer. Ja. Zombie-Taktik-City hier. Oh. Der Kleine hat mich gerettet. Boah. Wow. Exportiert's doch. Oh, wo bin ich? In Sicherheit. Naja. Uuuh. Lauf im Wasser kann man nicht laufen. Das ist das Problem die ganze Zeit gewesen. Es scheint, dass ich auf Land bleibe. Nur noch die Großen. Das kann gut und das kann schlecht sein. Sonst kommt keine Muni in Fasten nach. Oh. Hat noch ausgewichen. Au. Uuhuhu. Unter the dome. Rolling in the zone. Blast all control. It's the mutant's fault. Hold. Kommt. Schön in den Rücken. Ah, ja. Aber wir werden ein bisschen etwas ausgewichten. Boom. Mach mal die Nachlattaktik. Ja. Ja. Das dauert jetzt schon ewig, das ist die Endgame Erfahrung, das ewige Schiessen auf die 2 großen Bosse, die natürlich doppelt kommen haben müssen. Guter Schaden. Kann nicht mal einer verrecken. Können wir wechseln. War doch nicht irgendwo Muni noch da. Oh, ich glaube ich werde rauf rein den Muni holen. Ja, ich denke noch eine gute Taktik. Ich glaube das letzte Mal, dass ich hier unten war, ist einer von den 2 einfach irgendwo stehen geblieben und hat nichts mehr getan. Das war sehr willkommen, merke ich gerade. Und rein da. Oh, guter, guter Treffer. Vielleicht der Schlagversuch. Prolangsmann. Prolangsmann. Ah, na endlich. Wie viel Muni haben wir? Ja, und das war die erste Zone. Sehr schön. Wunderbar. Da werde ich wahrscheinlich auch noch zurückfallen müssen. Obwohl, das schaut nach Circle Run City aus. Oh, ja. Oh, ja. Obwohl, das ist Upgrade war gut. Es wird definitiv Circus Run City. Und der klickt gleich mal auf die News. Der hat sich von der Horde getrennt. Horde. 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 Oder? Oder doch nicht. Ja, nee. Kannst du schleichen mit der Eisstrahl. Horde ich nicht drauf rein. Ah ja. Ja, sehr schön. Ich gehe trotzdem auf den Schwachen da. Das ist nicht der Schwache. Das ist der Schwache. Darf ich beide? Hopp. Zeit zum Abhauen. Jetzt richtig ausgewichen. Okay. Es kann weitergehen. Mit dem Großen da. Und mein Leben. Das... Nein, nicht killen, bitte. Oh. Teleportieren. Wow. Das war ein schlechter Teleport. Das ist die Attacke, die mich am wenigsten treffen sollte. Wer hat weniger Leben? Du. Du bist tot. Ja. Ha. Hopp. Zu früh gefreut. Ich habe gelacht, weil ich dachte, dass er mich nicht erwischt. Und hat er mich erwischt, natürlich. Was war es jetzt mit dir? Oh. Oh, es geht weiter. Irgendwas Böses? Ja. Da ist was Böses. Total drüber gehobt. Total drüber gehobt. Mist. Und die Granaten-Session. Weg mit dir. Irgendwo war Moni. Ich glaube, im hinteren Raum. Oh. Ja. Da kann ich auch reinrennen. Sehr schön. Kann ich auch nicht rein? Oh je. Das wird schlecht für dich. Das wird ausgenutzt. Nur kurz, natürlich. Ah. Du musst weg. Uff. Uff. Granaten. Ja. Trocken. Was da. Sehr schön. Muss wieder ausnutzen. Oh. Er hat es durchgeschafft. Er hat es durchgeschafft. Mach mal weg. Mach mal weg. Ja. Ja. Oh. Noch eine Runde. Schön. Irgendwas Großes wieder? Oder mal nur kleinen Schrott? Naja. Kleinen Schrott ist es nicht ganz. Er hat ihn rausziehen müssen. Ah. Uuuh. Das hat mich fast erledigt. Ah. Wir drücken weiter durch. Durch Seminen. Ah. Oh wow. Oh wow. Das wird wieder ein 50 Minuten Video mit 500 Gigabyte, das den ganzen Tag uploadet. Sonst muss ich es halt ein bisschen kürzen. Das nimmt dann wieder ein paar Gigabyte weg. Seit 33 Gigabyte und 8 Stunden so. Ist ein bisschen zu. Ich glaube man manchmal macht er den großen Boom. Und manchmal nicht. Aber die Schotten ist gut. Kann man weiterhin upgraden. Besser als der Sniper, was ich erst probiert habe. Problem ist nur, dass Upgraden jetzt auch die Spezialwährung kostet. Das hätte nicht so schnell enden sollen in diese Richtung. Boah. 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 Uuuhu. Ja. Selbst die Gegner sind schon viel zu gefährlich. Und die Runden hier drinnen werden auch auf die Nerven gehen. Aber da ist dann ja schon die Endzone. Mit dem schönen Bild hier. Bammel. Ja. Probier was. Wird gleich gespeichert. Was haben wir hier oben? Einen großen. Nein. Einen großen Typen. Wow. Wichtig. Wichtig. Wenn man die Schotten lieber, da bin ich ein bisschen wendiger. Und da kriege ich mehr Leben. Wow. Auf mit euch. Was, was wäre denn da? Die Zone da drin zu stehen im Dom. Eine Verlangsamungsfalle. So heißt sie. Oh, ist ja der Große. Ah. Gott sei Dank. Uuhu. 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 Einer noch. Vielleicht Muni nehmen gleich mitnehmen. Und mir die vorletzte. Letzte Runde gönnen. Vorletzte wahrscheinlich. Und die schöne Aussicht genießen. Weil ich mit. Während ich mich mit Wasser trinke. Das ist eine schöne Aussicht. Alle Waldmaps sind irgendwie, haben sie irgendwie richtig gut hinbekommen. Oh wow. Oh wow. Es geht schon ab. Es geht schon ab. Ah. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ich hasse sie. Oh je, oh je, oh je Nicht gut Nicht gut Nicht gut Rolling, keep on rolling, 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 rolling Machen wir die großen Drosten mal weg Puff, ich hasse Vögel Die Drohnen braucht keiner Darf ich es? Den Zoo anzuteleportieren? Nein, schafft nicht Wo ist er hin? Ich glaube ich werde ihn versuchen snappen mit der anderen Shotgun Wird er besser funktionieren Ja Oh Erstmal den Superschuss drin Dann ist es noch nicht vorbei Solange keine 2 Vögel kommen Ich wäre froh wenn ich mal Stufe 46 schaffe im Endlos Endspiel, nicht Endlos Oh je Heutische Versprecher Das Endlosspielen Das Endlosspielen Da war ein Boss, oder? Wo ist er? Reißer Oh je Die kommen schon alle Verlangsam zum Falle Und hoffen Und hoffen Da sind ein paar Granatenschaden Sachen niederbleiben Hinter mir Auch Auch Oh je Ich glaube einer ist wieder hängen geblieben irgendwo Ob Ich brauche meine andere Shotgun Ich habe einer ist hängen geblieben Das ist eine Erleichterung Das ist eine Erleichterung Hallo Jungs Hallo Jungs Oh Die haben so viel Leben die Jungs Oh Da kommt er auch näher Ich brauche die andere Shotgun Oh Ich brauche Leben Das ist was ich brauche Uh Ich brauche immer ein Snapen Ja Oh Hat mich erwischt In den Schwächering Oh es wird wieder da Wo ist er? Da ist endlich mal eine gescheite Explosion da Ganz übersehen dass das eine Falle war Oh Oh wow Was für eine Rolle Oh Schlag doch zweimal daneben noch Das wird wieder ewig lang Viel zu viele Gigabyte Oh hat er mich erwischt Dann mit dem die Falle Ja Und dann wird rüber geschossen Ohne kritischer Nice Die sind doch im Boden die kritischen Oder in der Brust halt Ja die Brust ist es Das sollte ich schon langsam mal wissen Oh Ach hier zwei Hallo So Ob ich mit dem ein ein Thumbnail schnell schießen kann Schauen wir schnell Ob wir was kriegen da Ja Während ich ihn doch niedermachen muss Weil ich ihn in das Haus den ich behalten kann Okay passt Und nochmal Muni auffüllen Rein in die Endzone danach Also sie wollen mir noch eine Wunde geben Wäre keine riesengroße Fahr Überraschung Nicht das andere Wort Was ich sagen wollte Nichts mit Jetzt kommt wieder was fliegendes auch Es ist ein Pod Und es ist ein Pod Und es ist ein Pod Ist da Der Schuss So Wir haben ein Vogelzähl Wir haben ein Vogelzähl Oh je Zwar Vögel Ja das wird lustig So Gleich mal zu wieder teleportieren Das macht extra Schaden Felsentaktiken Mach auf Muni auffüllen Taktiken Mal Oh ja Das ist schön Wenn er runterkommt Und ich ihn gleich zerlegen kann Nice Willst du nicht auch noch runter Vogel? Bitte Ja Kommt runter oder? Nein noch nicht Einfach landen Du willst das doch auch Ich sehs Wer ist da? Irgendwie landet Ha genau die Granaten Oh jee Oh Ich hoffe das war's mit den Vögeln Aber wahrscheinlich wird's nur noch schwieriger Rein mit euch in die Falle Ja Und die Granatenschäden werden gut Ja 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 Damit kann man leben Ich mach mal gleich mal weg Die Granatenschäden Ja Und nicht die besten Granatenschäden Auf Vögel Föger 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 Nein Nein Ich mach mal die weg Zuerst Ich mach mal die weg Ah Ah Vielleicht ist das halt mein Glückstag mit dem herumschwebenden Glitschen Und so Ich kann mich nicht beschweren dann Oh Gott Und ich werde zerlegt gleich Oh Oh Ich glaub der Vogel ist geklitscht Ja 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 Ein Endposter klitscht Das darf ich nur nicht vermasseln Oh 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 Sehr schön Hallo Vogel Oh Nächstes Thumbnail Versuch Oh Ich hab's vermasselt Oh Ich hab's vermasselt Oh 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 Er landet Ich hab mich nicht so wieder teleportieren können Ich hab's probiert Ja Da hat man einmal einen Glitschen Vogel und dann vermasselt man's Weg mit dir Sehr schön Mein Campplatz jetzt Was kommt das Nächstes Was Großes Oder? Jupp Ich hab letzte Welle Die müssen wir noch überleben jetzt Wo ist er? Was kommt sonst noch? Oh Noch ein großer Wenn man's zerstesen boah Drei Bosse Drei Bosse Ist einer zu viel Oh Komm, Granatenschaden Glaub ich gar nicht, dass ich den Bekommen habe Granatenschaden Oof Uff Oh Okay Solange er nicht zu nahe kommt Ja, ich darf nichts sagen, Gott wo ist der andere kleine das leben das war nicht der beste platz zum hin teleportieren ja 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 roll weiter vorweg doch einfach nein noch immer nicht ok oh wirklich wirklich muss das sein ach gott damit immer wieder zu dem platz ich muss den vogel zuerst weg machen wahrscheinlich während mein leben nicht so gut ausschaut ja 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 Okay, okay. während ich, glaube ich, gerade eine Minute nichts gesagt habe, weil ich mich so konzentriert habe. Hey. Du und ich jetzt. Du hast noch viel zu viel Leben. Das gefällt mir gar nicht. Ja. Viel zu viel Leben hast du. Neue Taktik, ha. Versuchen. Zeitschadensmachung ist die neue Taktik. Ah, haben wir noch genug Money. Ah, ich darf nicht in den Gras rein. Oh. Und auch nicht getroffen werden. Nein. Ab dieses Mal hat er mich getroffen. Ich werde mal Money holen zur Sicherheit. Nein. Ich werde mal nachladen. Und ihn vielleicht wegmachen nochmal. Nein. Ja. Well done now, Roger. I can send my people back in. What will you use the metal for? Weapons? I've got enough ammunition to kill everything on this planet three times over. I've been thinking, people are ready to start doing real business. They're desperate for some officialündig. Refererably the kind with my face on it. Nothing changes, does it? Oh. Gib mir die Loot. Und was Goldenes. Ne. Danke fürs Zuschauen. Mach mal schnell aus das Video, bevor es zu viele Gigabyte hat. Tschüss.